Glück auf Schalke, der S04 hat einen neuen Cheftrainer und einen neuen Co-Trainer, all das in dem Video, schreib deine Meinung dazu gerne mal in die Kommentare und abonniere natürlich auch gerne den Kanal, um auch kein Video mehr zu verpassen. Das kam nun wirklich nicht mehr überraschend, Kees van Wonderen wird unser neuer Cheftrainer, der 55-jährige Niederländer wird ab jetzt die Geschicke beim S04 übernehmen, Jakob Fimpel, der interimsweise ja zwei Spiele da war, geht zurück in die U23, da kommen wir auch gleich nochmal, wenn wir auf die Zitate kommen zu, denn Jakob Fimpel hat sich ja bei einigen durchaus in die Herzen gespielt, ehrlicherweise auch bei mir, dementsprechend da später noch zu. Kees van Wonderen, wie gesagt, Niederländer war da auch zuletzt tätig, war zuletzt bis Juni 2024 bei Herrenfeen, dort insgesamt 76 Spiele gehabt, 1,25 Punkte im Schnitt, davor war er bei den Go-Ahead Eagles und da muss ich sagen, da hat er wirklich durchaus gute Arbeit geleistet, daher erkenne ich ihn auch, dass er bei Herrenfeen war, kein Schimmer. Da muss ich sowieso allgemein dazu sagen, als Trainer für mich persönlich wirklich nur in diesem kleinen Bereich so richtig sichtbar gewesen, war ja vorher auch noch beim VVV Venlo als Praktikant, war aber auch unter anderem bei Trento Enschede in verschiedensten Positionen tätig, sowohl als Co-Trainer, aber auch als Assistent der Geschäftsführung. Und was man sagen muss, das war ein durchaus guter Spieler, hat mit Feyenoord ja auch, ich meine, was war es, den UEFA Cup gewonnen auf jeden Fall, das war ein guter Spieler, ist. Und das muss man dazu sagen, auf jeden Fall ein Trainer, der spannend sein kann, der aber jetzt nicht bei jedem direkt die riesen Freudensprünge auslöst, aber, und eins muss uns auch ganz klar sein, wir müssen natürlich auch so ein bisschen von der Erwartungshaltung mal ein bisschen runterkommen, denn, was ich für Namen gelesen habe, die sich gewünscht wurden, naja gut, das hätten wir vielleicht vor ein paar Jahren hinbekommen, das ist ganz wichtig. Diesen Roger Schmidt, den habe ich ja selber mal als Wunsch gesagt, auch wenn der immer unrealistisch war, ein Urs Fischer und wie sie nicht alle hießen. Nun ist es eben Kees van Wonderen geworden und der bekommt einen Vertrag bis 2026. Ich persönlich, und das muss ich ganz ehrlich sagen, hätte mir in der Theorie einen Vertrag bis Ende dieser Saison gewünscht mit einer Option, wenn das so und so läuft, bis 2026, aber, und das müssen wir auch ganz ehrlich sagen, das nimmt halt kein Trainer an, ne, weil das ist ja super unsicher. Du musst dich ja zumindest bis zum gewissen Maße committen und das wird dadurch natürlich deutlich schwieriger. Des Weiteren muss man sagen, haben wir einen neuen Co-Trainer und da wird der Name für mich schon fast ein bisschen schwieriger, das ist Robert Molenaar, auf jeden Fall auch ein Niederländer, der auch eigentlich in den vergangenen Stationen immer als Cheftrainer aktiv gewesen ist, aber auch dort seit Dezember 2022 nicht mehr aktiv war. Dort war er als letztes bei Breda, hat dort 18 Spiele gemacht mit 1,17er Punkteschnitt, nun gut. Davor aber auch in Bayroda, war bei verschiedenen Mannschaften, Bolendam und so weiter, ist nun der neue Co-Trainer und der soll zum bestehenden Co-Trainer-Staff dazukommen. Würde für mich bedeuten, auf jeden Fall mal, dass Peter Ballette und auch Sidney Sam sowie Lou Boué als Torwarttrainer bleiben und nur eben diese beiden dazukommen, macht ja auch durchaus Sinn, weil Smolders und Gerards eben gegangen sind, nur diese beiden würde das Sinn machen. Muss man sagen und das habe ich jetzt von verschiedenen Medien mittlerweile gehört, sagen wir mal so, KS von Wonderen ist zumindestens mal umstritten. Eins ist ganz klar, der bringt vieles mit, was der S04 sich wünscht und da werden wir auch gleich beim Zitat von Ben Manga drauf kommen. Der ist noch nicht so super alt, ich meine 55, das ist wunderbar, da müssen wir uns keine Sorgen mit machen. Gleichzeitig, der liebt es, mit jungen Spielern zu arbeiten, genau das brauchen wir. Ich meine, wenn wir eins merken, dann, dass die jungen Spieler ja wirklich wichtig bei uns sind. Ich meine, ein Bulut und auch ein Grüger haben in den letzten beiden Spielen gezeigt, dass sie auf Anhieb wichtig werden können. Und wie gesagt, der hat ja auch schon mit der U17 der Niederlande und der U18 der Niederlande zusammengearbeitet. Das könnte also durchaus spannend werden. Gleichzeitig, der steht für einen extrem defensiven Fußball. Und das ist eine Sache, die richtig schwierig werden könnte, denn, und das ist ein Bericht der Sky oder der Sky-Gruppe von Dirk Große-Schlamann eben, der sagt ganz klar, in den Niederlanden hat er den Ruf, als einen der langweiligsten Fußballe spielen zu lassen. Ja, das heißt natürlich jetzt erstmal nichts, weil wir wissen natürlich nicht, inwiefern er das vielleicht bei uns adaptieren möchte. Ich meine, in einem Gespräch mit Ben Manga wird sich ja wahrscheinlich auch nur offensive Ideen irgendwie herauskristallisiert haben. Aber eins ist ganz klar, das soll ein sehr defensiver Fußball sein, offensiv manchmal fragwürdig. Und da bin ich sehr gespannt, weil unsere Offensive ist eigentlich nicht schlecht. Und das merken wir in eigentlich jedem Spiel, dass wir Offensivqualität haben. Bin ich sehr gespannt darauf, wie das ablaufen wird. Für mich ist das die Frage, wird das ein Hübs Stevens, der defensive First gesetzt hat, und das war auch vollkommen richtig so, die Null muss stehen, aber gleichzeitig auch offensive Ideen hatte. Oder wird das ein Fred Rütten? Und Fred Rütten wusste hinten wie vorne nichts. Das war absolut eine Gurke. Deswegen für mich die offene Frage, was wird das? Seine vergangenen Stationen gemixt. Nun wollen wir uns natürlich alle Aussagen anschauen. Wie gesagt, 2026 der Vertrag. Und am Montag wird seine erste Trainingseinheit stattfinden. Und dann werden wir mal abwarten, was da kommt. Wir fangen an mit Ben Manga. Wir gehen also drei Zitate durch. Ben Manga, dann Kees van Bonderen und danach auch nochmal Matthias Tillmann als letztes. Ben Manga sagt, Die Basis unserer Suche bildete ein Anforderungsprofil, das wir gemeinsam mit dem Vorstand verabschiedet haben. Zusammengefasst, ein Trainer, dessen Arbeit auf dem Rasen eine sichtbare Handschrift trägt. Der weiß, wie er mit unserem Kader arbeiten will und Erfahrungen mitbringt, Spieler zu entwickeln. Wir sind absolut überzeugt davon, dass wir mit Kees van Bonderen die richtige Person für die Aufgabe gefunden haben. Ich kenne ihn und seine Arbeit bereits seit einigen Jahren, sehr intensiv seit der Zeit in Deventer und freue mich nun mit ihm zusammenzuarbeiten. Soweit Ben Manga. Ich würde mal behaupten, dass so diese Aussage ist eine relativ Standard-Aussage. Seien wir mal ehrlich, das ist okay. Das ist einfach nur, ja, ich kenne ihn schon da und da, kennen wir alles. So, nun kommt natürlich Kees van Bonderen, der sagt, Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr gut und vom großen Vertrauen geprägt. Wir haben alle Saisonspiele analysiert und eine Idee entwickelt, was wir mit dem Team erarbeiten wollen. Das ist mitten in einer laufenden Saison herausfordernd, doch wir gehen es mit Überzeugung und Zuversicht an. Ich werde den Sonntag nutzen, den Staff kennenzulernen und Gespräche zu führen, auch mit Jakob Fimpel, um mir wertvolle Eindrücke aus erster Hand zu holen, bevor wir am Montag mit der Mannschaft loslegen. Wir wollen in der Länderspielpause gemeinsam Schritte gehen. Und das ist natürlich eine super Sache jetzt, dass jetzt die Länderspielpause ist. Jetzt haben wir zwei Wochen Zeit, um das nächste Spiel vorzubereiten. Dann ein Spiel, was natürlich fordern wird, das müssen wir ganz klar sagen, in Hannover wird brutal schwierig, aber wird natürlich auch von einer geilen Kulisse sein. Dementsprechend kannst du hier recht früh die Mannschaft oder die Fans dann mitnehmen, aber vielleicht auch wieder ein bisschen desillusionieren. Mal schauen und das wird sehr spannend. Einzig Bulut, weiß ich, ist nicht da. Jetzt bin ich gespannt, Musa Sela ist ja irgendwie noch vielleicht unterwegs. Mal schauen mit Mali, gucken wir mal. Dann kommt natürlich auch noch Matthias Tillmann und der schlägt auch noch so ein bisschen in die Kube Richtung Jakob Fimpel, denn der sagt, Jakob hat in den vergangenen zwei Wochen einen herausragenden Job gemacht. Wegen der fehlenden Trainerlizenz stand bereits vorher fest, dass es kein dauerhaftes Engagement werden kann. Wir werden Jakobs Entwicklung weiter fördern. Nun freue ich mich, dass wir mit Kees van Wonderen einen Trainer gewinnen konnten, der vollumfänglich zu unserer Strategie passt. Junge Spieler entwickeln, ohne die Notwendigkeit von kurzfristigen Erfolgserlebnissen aus den Augen zu verlieren. Die Wochen bis zur Winterpause sind von großer Bedeutung für den weiteren Saisonverlauf. Wir werden alles tun, um Kees und das Team bestmöglich zu unterstützen. Und das ist jetzt mal noch meine Meinung dazu. Wir kennen durchaus schlechten Fußball auf Schalke. Durchaus schlechten, erfolgreichen Fußball. Ich erinnere an die Saison, ist es 17-18. Domenico Tedesco, deutscher Vizemeister. Ich habe bis heute keine Ahnung, wie wir das geschafft haben. Wie häufig haben wir Spiele last minute oder komplett unverdient gewonnen? Ich erinnere an Freistoßtore von Caligiuri in Mainz. Ich erinnere an Last-Minute-Tore in Wolfsburg. Ich erinnere an so viele Spiele, die absolut nicht überzeugend waren, defensiv primär stabil waren und in der Offensive irgendwie doch gewonnen wurden. Das ist nicht immer geil. Und ich stand mehr als einmal dann im Gästeblock oder eben im Heimstadion und habe mir gedacht, was spielen wir da für einen Müll zusammen. Aber seien wir mal ganz ehrlich, am Ende des Tages, wenn wir gut dastehen, dann werden wir alle sagen, das passt, das ist vielleicht für die Entwicklung wichtig und gut ist. Und genau darauf kommt es an. Es kommt darauf an, dass wir jetzt die Spieler weiterentwickeln, um dann vielleicht auch in der Zukunft einen besseren, schöneren Fußball zu spielen. Denn, eins ist auch ganz klar, du kannst schön Fußball spielen und das ist auch gut. Wenn du aber dann absteigst, ist es auch kacke. Also müssen wir einen Kompromiss finden und wenn der bedeutet, dass Cass van Wonderen eben jetzt der Trainer ist, dann bin ich da vollumfänglich dabei. Und ich finde, der Mann hat eine 100% faire Chance verdient. Denn ich habe mehr als einmal schon gelesen, oh, naja gut, dann nach drei Wochen weg. Und nochmal, auch ich bin zumindestens mal vorsichtig. Aber er hat es verdient, dass wir ihm jetzt die Möglichkeit geben. Und deswegen Glück auf Cass, gleichzeitig Glück auf und Dankeschön an Jakob Fimpel. Ich hoffe, der entwickelt sich weiter. Denn irgendwie ist der mir hart sympathisch geworden. Und ich habe den total, obwohl ich vorher mit der U23 zweimal was angeschaut habe, aber nicht so viel zu tun hatte, hart ins Herz geschlossen. Und hoffe sehr, dass der es noch weit bringt. Ich bin sehr gespannt. Was sagst du? Cass van Wonderen, deine Meinung zum Trainer unten in die Kommentare. Und dann sehen wir uns morgen beim nächsten Video.